Hallo, ich bin Alexandra von Rohr, Leiterin des Sprachinstituts Treffpunkt und auch Online-Trainerin bei Treffpunkt. Wir bieten bis 2008 auch deutsche Intensivkurse online an, das heißt, dass ich mich mit meinen Studentinnen und Studenten über Skype verabrede und wir dann unterschiedliche Fertigkeiten trainieren. Was ich jetzt hier gemacht habe mit Florina ist, wir haben uns E-Mails geschrieben, spontan, sie musste spontan antworten, wir haben ein paar Grammatikübungen wiederholt, sie hat mir auch ihre Hausaufgabe geschickt, die ich dann noch einmal korrigiert habe. Und wir schicken uns auch Links, schauen sie die Links gemeinsam an, sprechen dann über entweder Bilder, Berichte oder was auch immer. Florina wollte heute mit mir ihre Jobbeschreibung üben, sie hat mir ihren Arbeitsplatz vorgestellt und ich habe dann ein paar Leser dazu geschrieben, ihren Fehler, den sie vielleicht gemacht hat, schicke ihr dann später, nachdem sie pausiert hat, den Text, den sie gesagt hat und dann korrigiert sie sich noch einmal raus. Was ist das Gute bei Skype? Bei Skype hat man einfach die Möglichkeit, Zeit und Ort unabhängig zu lernen, das heißt, von Montag bis Freitag zwischen 7 und 22 Uhr kann ein Termin vereinbart werden mit dem individuellen Lehrer. Man unterrichtet normalerweise 45 oder 60 Minuten, ein- bis zweimal pro Woche. Und was Skype eben auch macht, oder wobei es sehr hilft, wenn sie Angst haben, frei zu sprechen, dann lernen sie das. Wenn sie Angst haben, zu telefonieren, dann werden sie das über Skype auf jeden Fall verlieren. Und E-Mail schreiben wird in Zukunft auch kein Problem für sie sein. Versuchen Sie es einfach und buchen Sie eine Probestunde bei Treffpunkt. Wir würden uns freuen. people meine so die gibt so